Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Nils Nübel. Ich halte heute den Vortrag USIM Pro Showcase. Ja, also ich bin Nils Nübel, ich bin CEO und Developer bei der Kicktemp GmbH. Bin 33 Jahre, verheiratet, komme aus Hamburg, bin seit 10 Jahren Entwickler. Und seit zwei Jahren bei der Kicktemp GmbH, die mache ich mit Stefan Wendhausen zusammen. Und dort bin ich verantwortlich für die Komponentenentwicklung, Templates, Plugins, Build-Pipelines, bauen wir da, dafür bin ich dort verantwortlich. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit PHP Store im GitHub, Node etc. Das ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Heute geht es in dem Vortrag einmal um die Grundlagen von USIM. Ich habe vorhin eben gerade schon mal nachgefragt, wer alles hier schon USIM kennt. Das waren einige und es waren irgendwie 6, 8 Leute, die es nicht kennen. Deswegen werde ich so ein bisschen das anreißen. Und in diesem Vortrag werde ich auch erstmal so ein bisschen für Entwickler, weil es vielleicht auch für einige interessant ist, einmal erstmal erklären, wie funktioniert USIM überhaupt? Wie werden Sachen gespeichert in der Datenbank? Wie wird der Aufruf gemacht? Also es wird auch ein bisschen, ich werde ein bisschen Code auch zeigen. Dann legen wir am Ende mal ein Child-Theme an, erschreiben ein eigenes Custom-Element. Das Custom-Element, was wir jetzt hier im Moment schreiben werden, sind hier diese .nav an der rechten Seite. Dann zeige ich, wie man mit Block einen USIM-Block erstellt mit den Komponenten, die USIM bietet. Und ich zeige einmal, wie man Block Override, ganz normal, wie man das in Joomla macht, schreiben könnte. Und für diesen Block Override verwenden wir dann nachher das Lazy-Load, was USIM halt mitbringt. Das war eine ganz nette Geschichte, wenn man Komponenten irgendwie selber schreibt oder was weiß ich mit Bildern und so, dann binden einige da auch die Funktionalität ein. Aber wenn schon das Theme die Funktionalität von Lazy-Load und sowas mitbringt, dann wäre es ja auch schön, wenn man das schon verwenden kann. Ja, fangen wir mal an. Und zwar, wenn wir, ich habe hier mal eine, die Internet-Connection ist hier ganz gut. Ich habe hier mal eine Standard-Joomla-Installation. Da sehen wir im Frontend erstmal im Moment nicht viel. Und wenn wir USIM uns installieren, dann geht das Ganze relativ einfach. Wir ziehen uns, warte, Augenblick hier, das muss ich mal schließen. Ziehen uns USIM als Komponente, als Paket in Joomla rein und die Komponente wird dann sozusagen dort installiert. Wir können uns jetzt gerne einmal hier, ich habe das mal alles versioniert, damit man mal so ein bisschen sieht, was überhaupt alles installiert wird. Das sind insgesamt 3.766 Dateien, die dort installiert werden in Joomla. Und wenn wir uns das mal in der Verwaltung angucken, dann ist es gar nicht so viel. Wir haben hier, wenn wir das nach den IDs mal sortieren, haben wir hier oben einmal das komplette Paket. Das ist eine ZIP-Datei, das wird als Paket genommen und dann installiert man das. Und in diesem Paket sind mehrere Geschichten drin, und zwar einmal ein Modul. Dann haben wir zwei Plugins. Das Plugin ist von USIM, damit machen die ihre ganzen Subscription. Da muss man den API-Key eingeben, damit man Updates und sowas bekommt von denen. Dann haben wir ein System-Plugin. Da passiert eigentlich die Magic. Und dann haben wir das eigentliche Theme von USIM. Und mehr ist es nicht. Also es ist relativ schlank, was in Joomla installiert wird. Wenn wir das installiert haben, dann müssen wir dieses Template uns einmal aktivieren. Und dann sieht das Ganze so erstmal aus. Wir haben nicht viel. Wir haben im Moment hier eine Standard-Joomla-Installation mit einem Menübeitrag, wo Hauptbeiträge dargestellt werden. Und soweit wir dieses Theme hier aktiviert haben, haben wir jetzt auch in dem Kontrollzentrum hier unten links einen Tab, der nennt sich USIM. Und wenn wir da jetzt raufklicken, dann kommen wir in den Bearbeitungsmodus. Und USIM ist sozusagen ein Theme und ein Page-Builder. Also die können zwei verschiedene Sachen. Wir können einmal das Aussehen der Webseite im Styling komplett bearbeiten über den Webbrowser. Wir müssen keinen einzigen Code selber schreiben, sondern wir können das Aussehen, Schriften, Farben, etc. alles über den Browser anfassen. Wir können das alles da anpassen. Und wir können auch den Content erstellen in sehr einfacher Weise. Aber das gehen wir gleich mal so ein bisschen durch. Also der Einstieg, um mit USIM zu arbeiten, ist immer der, den wir eben gerade gegangen sind. Es gibt noch zwei andere, die zeige ich auch gleich nochmal. Aber der eigentliche Weg ist immer für den Benutzer oder wenn ihr das macht, ihr meldet euch den Joomla an. Ihr braucht nicht mehr irgendwie großartig durch die Sachen durchnavigieren, sondern ihr geht hier einfach unten auf den Tab USIM. Und dann seid ihr in den Bearbeitungsmodus. Und in den meisten Fällen könnt ihr von hier aus das meiste einstellen und auch arbeiten. Wenn wir hier drin sind, dann haben wir hier einmal das Layout. Das betrifft das Aussehen und die Organisation des Templates. Und zwar einmal die Seiteninhalte. Da kann ich einmal mein Logo festlegen. Ich kann einmal hier sagen, okay, USIM Pro als Schrift. Oder ich kann auch Logos hochladen. Und da kommen wir gleich zu einem der ersten Probleme. Ich räume aber einmal ganz kurz hier, damit wir hier ein relativ einfaches und schlankes System haben, einmal kurz den Image-Ordner auf, der dort drin ist. Und remove mal hier ganz schnell die ganzen Inhalte in dem Image-Ordner. Und wenn wir das hier aufrufen, dann haben wir erstmal jetzt keine Dateien als Bilder dort. Und wir machen jetzt folgendes. Wir laden unser Logo von der Firma. Also wir stellen jetzt mal kurz so eine Webseite. Wir gehen mal kurz so ein bisschen die Sachen durch. Und wir erstellen jetzt zusammen eine Webseite, wie das mit USIM funktioniert. Ich habe hier ein SVG-Logo, weil ich SVGs einfach besser finde, weil man erstmal, naja, hier ist der erste Fehler. Ich habe es jetzt versucht hochzuladen. Der Dateityp wird nicht unterstützt. Da müssen wir gleich noch eine Einstellung vornehmen. Aber ich verwende gerne ein SVG, weil ein SVG kann ich per CSS manipulieren. Und es benutzt weniger Speicherplatz, als wenn ich ein PNG hochlade. Und es ist eben auch schärfer. Es ist von der Qualität halt einfach besser. So, wenn wir jetzt ein SVG verwenden wollen, stehen wir nämlich schon vor dem ersten Problem. Wir können kein SVG standardmäßig in Joomla hochladen, in den Media Manager. Das heißt, wir müssen eine Anpassung in Joomla vornehmen. Dafür müssen wir hier leider rausgehen. Ich erkläre das erstmal für die Leute, die das noch nicht kennen. Aber dafür müssen wir in Medien reingehen, in Joomla. Und müssen hier in Optionen uns hier die Dateien erlauben. Ich habe hier so eine Textdatei. Ich habe hier die Sachen mal rauskopiert, die wir da einfügen müssen. Und zwar müssen wir hier einmal SVG freischalten. Ich lasse hier aber auch gleich noch Videos zu. MP4. Und hier habe ich auch noch mal SVG. Aber bevor ich das hier einzeln reintippe, kopiere ich da komplett alles rein. Und dann machen wir auch noch die Dateitypen, dass die im Media Manager ausgegeben werden. Kopieren wir hier unten auch noch rein. Und dann ist standardmäßig kommt Joomla daher und erlaubt eigentlich nur 10 MB große Bilder. Wenn wir jetzt aber irgendwie Videos oder sowas hochladen, dann könnt ihr hier eigentlich auch, die meisten Server unterstützen, das größere Dateien zulassen. Wenn wir das einmal gemacht haben und jetzt wieder zurückgehen zu Useeam, dann können wir jetzt über Layout hier von der Seite unser SVG hochladen. Ich mache es nochmal. Ziehe mir das hier rein. Na komm. Hallo. Wir machen es anders. Ich mache es hier drüber. Fällt einfacher. So, das Logo wurde sozusagen jetzt hochgeladen und Useeam hat auch die Möglichkeit, SVGs darzustellen. Das kann der Media Manager, kann das nicht. Wenn ich jetzt hier mal, ich habe hier ein Parallelprojekt. Wenn wir uns hier das einmal angucken und hier mal reingehen in den Media Ordner, dann wird hier nur so ein SVG-Icon angezeigt. Und Useeam bietet halt die Möglichkeit, über deren eigenen Media Manager SVGs anzuzeigen. Also man kann die dann auch da auswählen. Wenn wir jetzt das SVG-Logo hier einmal auswählen, dann wird das hier oben angezeigt. Und wir speichern das Layout jetzt einmal kurz hier ab. Ja, wir können jetzt hier, ich gehe das nochmal eins und durch. Wir können hier jetzt einen Text eingeben. Ich könnte das Logo noch eben in der Breite minimieren. Invertiertes Logo ist dafür da zum Beispiel, wenn wir mit Hintergrundbildern arbeiten, wie zum Beispiel in diesem Beispiel hier oben. Und ich das unter den Header ziehe. Dann kann es einmal sein, dass das Bild dunkel oder hell ist. Und dann kann es sein, dass man die Navigation oder auch das Logo schlecht lesen kann. Und dafür hat Useeam die Möglichkeit gemacht, dass man hier noch ein zweites Logo hochladen kann, was dann an der Stelle des normalen Logos genommen wird. Ich kann hier noch mobile Logos hochladen. Ich kann hier noch das Layout einstellen, aber da gibt es auch Videos zu. Wenn ihr mal oben hier auf das Fragezeichen klickt, dann hat Useeam mittlerweile Erklärvideos in englischer Sprache produziert, die ihr euch zu dem jeweiligen Thema hier angucken könnt direkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke, dann geht hier dieses Video los. Und das ist eigentlich ganz nett geworden. Und das findet ihr eigentlich zu jedem einzelnen Tab. Wir speichern das Layout einmal kurz ab und wir bauen jetzt eigentlich kurz diese Seite hier. Ich möchte einmal die Navigation oben steuern und da möchte ich gerne, dass das Logo in der Mitte sitzt. Also man hat hier für den Header, bietet Useeam verschiedene Vorlagen. Also wir sehen hier mal den dicken Balken. Das soll, könnt ihr das einigermaßen erkennen? Ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Wir haben hier an der Stelle verschiedene Vorlagen für den Header. Das Dicke ist immer sozusagen das Logo, die kleinen dünnen sollen die Navigation darstellen und die Lupe ist eben halb die Suche, die man einbinden kann. Da kann man dann sagen, okay, die Navigation sitzt links am Logo, mittig oder rechts oder das Logo sitzt mittig. Also verschiedene Variationen und ich möchte im Moment erstmal diese Variation hier nehmen, dass mein Logo links sitzt. Dadurch, dass ich jetzt das so groß gemacht habe, sind wir schon hier leider in einem Bereich, wo ich jetzt schon die mobile Navigation gemacht habe. Ich habe eben gerade das größer gemacht, die Schrift und so und deswegen, ich drücke jetzt mal kurz wieder auf Command 0, dann wird mir hier die Navigation wieder oben angezeigt. Das ist der Breakpoint, das ist zum Thema Mobile Navigation. Ich kann auch die Mobile Navigation auch steuern, wann die aktiv sein soll. Also wir sehen jetzt hier an der Stelle hier an der linken Seite, haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, mehrere Symbole und ich kann dann hier die Breite einstellen. Ich kann mir immer anzeigen lassen, wie sieht meine Webseite auf den jeweiligen Devices aus. Wir haben hier einmal das Telefon, ein iPad, ein Desktop und einmal eben halt Large. Das sind so die Breakpoints S, M, L und XL. Und kann mir die Webseite auch immer im Bearbeitungsmodus für die verschiedenen Devices immer gleich anzeigen lassen. So, zack, so. Dann, also ich mache mal hier weiter, bevor, also wie gesagt, ich kann hier dann das einstellen. Ich kann hier sagen, wie die Navigation funktionieren soll. Das kann ich gerne hier einmal zeigen an diesem Beispiel. Standardmäßig bleibt die Navigation oben hängen. Dann habe ich die Möglichkeit, sie sticky zu setzen. Das heißt, sobald ich scroll, sitzt die immer oben und überdeckt den Inhalt automatisch. Oder ich habe die Möglichkeit, sticky on scroll, dann ist es genau diese Funktion, die wir jetzt hier im Moment haben. Also ich scroll runter, die Navigation ist weg. Ich fange an hoch zu scrollen, fährt die Navigation runter und ich kann dann sozusagen hier dann drauf navigieren. Genau, ich kann hier noch den Stil verändern. Wenn ich auf Primary drücke, wird hier die Schriftart größer. Ja, da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchspielen. Das ist auch das Schöne. Wenn ihr hier Sachen verändert, aktualisiert sich rechts automatisch immer die Webseite. Das heißt, ihr habt keinen Speicher, müsst nicht auf Frontend drücken, F5 oder so, sondern er aktualisiert automatisch immer die Sachen. Ihr könnt für Navigation mit mehreren Ebenen, könnt ihr das Verhalten steuern, wie das Dropdown ausfahren soll. Wir können die Suche ein- und ausblenden. Wir können hier relativ bequem Social-Media-Profile anlegen. Ich mache das hier mal automatisch und lege hier mal kurz eins für Facebook an. Der sucht den String in der URL und erkennt automatisch, welches Icon er ausgeben soll für das jeweilige Profil. Also ich speichere das jetzt hier mal ganz kurz ab und sage hier Facebook. Und jetzt kann ich sagen, okay, wo soll dieses Social-Media-Profil oder die Icons, wo sollen die auftauchen? Wir haben hier oben in der Navigation, es ist im Moment nicht aktiv, aber wenn ich jetzt hier auf Toolbar Left drücke, dann wird mir hier oben das Social-Media-Icon ausgegeben. Ich kann aber auch sagen, okay, du sollst aber rechts sitzen oder im Header. Dann sitzt das da unten, es ist zwar nicht so schön und ich kann auch sagen, du sitzt in der Navbar. Ich will das jetzt hier in unserem Layout erstmal nicht drin haben. Ich kann auch steuern, wo die geöffnet werden sollen, im neuen Fenster. Und kann noch sagen, das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen für die Toolbar. Kann noch sagen, okay, soll das ein Button sein oder nicht. Das wäre sozusagen die Geschichte zum Header. Ich will das hier noch mal kurz wieder rausnehmen. Zack. Okay. Dann ist es so, also wir können aber gerne auf UC mal raufgehen auf die Webseite. Und UC macht folgendes, die bringen jeden Monat ein Theme raus mit verschiedenen Layout-Vorlagen für verschiedene Themen und haben mindestens immer sechs verschiedene Style-Vorlagen. Styles sind Farbanpassungen, Schriften etc. Und das erleichtert es einen für Kunden oder für einen selber relativ schnell Layouts oder eine Seite anzulegen. Man sagt, okay, wie ist deine Corporate-Design-Farbe und so. Dann geht man hier rein und sagt, okay, zeig mir doch mal die Teams, die hier drin sind. Die sind immer nach verschiedenen Thematiken aufgebaut. Und dann kann man hier reingehen und sagen, okay, ich hätte aber gerne hier irgendwie die Webseite. Ja, nicht runtergeladen, sondern hier im Preview-Modus. Und dann sehen wir hier oben, haben wir jetzt sechs verschiedene Styles. Und kann dann sagen, okay, das hätte ich jetzt gerne. Dann kann man hier schon mal so ein bisschen gucken, wie sieht das Ganze aus, passt das für mich. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir hier unter Styles jetzt gehen, dann kann ich mir hier aus den jeweiligen Themes die Styles auswählen. Ich kann hier oben, erstmal habe ich eine Filterfunktion und kann sagen, okay, ich möchte, wir hatten eben gerade das Joko-Theme. Dann habe ich hier die sechs Themes-Vorlagen. Kann hier sagen, okay, nach Filtern, ich suche nach dunklen Hintergründen, hat das Ding jetzt nicht. Dann nehmen wir hier den Filter mal raus. Dann sehen wir hier, welche alle dunkle Hintergründe haben und kann dann mir einfach einen Style auswählen. Und dann passt sich rechts automatisch meine Seite an. Ich nehme jetzt mal das hier in diesem Style hier. Und dann verändert sich hier die Schrift. Meine Navigation hat sich schon ein bisschen angepasst. Wir können aber auch, damit wir gleich mal einen Überblick haben aller UI-Elemente, die das Theme halt bietet, hier den Haken drücken. Und dann verändert sich rechts meine Ansicht. Und ich sehe alle Elemente, die das Theme bietet, wie das aussieht. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach durchnavigieren und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne irgendwie das Vibe in dem Style. Und dann verändert sich rechts automatisch das Layout. Und so kann ich dann gucken, was passt einigermaßen. Und habe aber auch jetzt die Möglichkeit, das anzupassen. Ich klicke hier nochmal ganz schnell wieder auf das Joko. Und zeige das gerne einmal. Also, wir haben jetzt hier unser komplettes UI. Also, U-SIM verwendet das UI-Kit. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Ist sowas ähnliches wie Bootstrap, Foundation. Und UI-Kit ist von denen selber entwickelt. Ist auch Open Source, kann man kostenlos verwenden. Hilft nachher allen auch, wenn man eigene Elemente oder sowas bauen möchte. Wenn wir jetzt hier mal rüber gehen mit der Maus, über die jeweiligen Elemente. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit die hinteren Reihen das auch sehen können. Also, wenn ich hier über die Elemente rübergehe, dann wird immer ein Tooltip oben eingeblendet. Und ich sehe, was ich anpassen kann für das Aussehen. Ich sehe aber, okay, ich kann hier die Base oder nehmen wir hier mal den Artikel. Dann sehe ich, okay, der Artikel, also die Headline oben, ist entweder ein Artikel festgelegt, ein Base oder ein Link. Und wenn wir jetzt hier mal das ein bisschen kleiner machen und hier links auf der Seite gucken, haben wir hier die Komponenten. Und dann kann ich an einem einfachen Beispiel mal hier am Button hier raufklicken. Und jetzt könnte ich hier rein theoretisch anfangen, das Style zu verändern. Wenn ich sage, okay, Primary möchte ich hier gerne anfassen. Da haben wir jetzt gleich schon den nächsten Fall. Das ist relativ interessant. Wir sehen jetzt hier, wenn wir mit der Maus rüber gehen, haben wir hier so ein A. Und das wird automatisch berechnet. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken, ob das funktioniert. Nicht in jedem Theme funktioniert das. Dann hat man hier oben so einen Verlauf. Also normalerweise ist ein Color Picker, so wie jeder den kennt. Ich setze jetzt hier irgendwie das Ding auf lila und jetzt wird der Button lila. Wenn ich jetzt aber ein Theme genommen habe, wo der Button nicht einfarbig ist, sondern mit einem Gradient oder sowas arbeitet, dann funktioniert das nicht so. Bis ich das mal begriffen habe, das dauert so ein bisschen. Da muss man so ein bisschen gucken, ob hier oben was drinne steht. Ich gucke mal, ob ich kurz ein Theme finde, wo das der Fall ist. Das dürfte, glaube ich, bei dem Sonic sein. Und das hier mal aus. Da sehen wir, dass die Buttons so einen Gradient drinne haben. Und wenn ich jetzt hier auf Button gehe, dann sehen wir hier, ich habe ja eben gerade ein Override für die Background Color angelegt. Das greift nicht. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt hier einen Gradient oben drinne habe, weil er einen Verlauf hat. Jetzt muss ich mir hier den Hexwert rauskopieren und den hier oben reinkopieren. Und dann fängt er an, das anzupassen. Ich kann jetzt hier noch den zweiten setzen und müsste den jetzt hier oben anpassen. Dann verändert sich der Button. Nur mal für die Leute, die da Probleme haben, hin und her schieben und sagen, warum passiert da nichts. Hatte ich gehabt, als ich die Präsentation gemacht habe. Genau. Und hier könnte man eben halt wirklich alle UI-Elemente customisen. Und das, was man dann auch erstellt hat, hat man nachher die Möglichkeit, hier unten auch zu exportieren. Dann kriegt man eine Style-Less-Datei. Die kann man in sein Child-Theme nachher packen und dann wird die automatisch genommen. Das heißt, wenn man für einen Kunden oder was auch immer man ein Theme erstellt hat und sagt, das ist mein Layout, was ich gerne hätte irgendwo, das speichern wir dann sich irgendwo hin. Und wenn man wieder ein Projekt hat, wo man sagt, das hätte ich gerne wieder, nimmt man die Style-Less-Datei, legt ein Child-Theme an und packt das da dann rein. Genau. Layout können wir nochmal kurz hier durchgehen, weil der eine auch vorhin gesagt hat, Mobile, wie kann ich das einstellen? Wir gehen jetzt hier mal in die Mobile-Einstellung und da kann ich dann auch noch einstellen, was passieren soll. Ich wechsle jetzt mal hier spaßeshalber eben auf die mobile Ansicht. Hier ist im Moment eingestellt, das Logo sitzt zentriert. Ich hätte das aber gerne vielleicht Mobile-Links. Und die Navigation hätte ich gerne rechts. Und damit der nicht so Web-Affine begreift, dass das hier eigentlich ein Menü ist, habe ich dann noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich blende mir den Menü-Text ein. Wenn ich jetzt hier das Menü mir einblende, wird das Ganze als Off-Canvas-Menü eingeblendet. Das ist die sogenannte Menü-Animation. Da habe ich drei verschiedene Styles. Ich kann sagen Modal, dann wird das Ding überlagert, das Ganze. Beim Modal kann ich noch sagen, okay, die Navigation hier oben, die sitzt jetzt nicht links in der Mitte, sondern die sitzt jetzt irgendwie links in der Mitte, links oben, sondern die soll jetzt hier links mittig sitzen. Und du sollst die vielleicht auch noch horizontal zentriert haben, die Navigation. Ja, also das kann ich darüber einstellen. Also man kann wirklich das, was man haben möchte, über den Theme-Builder sozusagen so anpassen. Wir haben noch keinen Content-Builder gesehen. Also was wir jetzt im Moment alles machen, ist nur halb. Also grob gesprochen ist das alles das Theme-Builder, das Aussehen des Wrappers in New Theme. Dann habe ich die Möglichkeiten, New Theme kommt mit vier, genau, vier verschiedenen Modulpositionen, beziehungsweise nenne ich es mal eigentlich eher drei. Und zwar die Top-Navigations, die Top-Modulposition, die sitzt oberhalb der Com-Content-Geschichte. Also wir haben ja, wenn wir Template schreiben, J.Doc-Component, wo die Komponenten immer reingeladen werden. Und da ist es jetzt so, dass wir oberhalb der Geschichte eine Modulposition haben, wo wir Module positionieren können. Und wir haben unterhalb der Komponente eine und die Sidebar. Und damit man die jeweiligen Sachen halt auch anpassen kann, ich wechsle die hier mal wieder in den Desktop-Modus, kann ich jetzt sagen, okay, ich kann der Top-Modulposition, wenn da ein Modul drin ist, Hintergrundfarben geben. Ich kann da Bilder hochladen. Da kommen wir gleich in den Bilder hinzu und kann das anpassen. Also gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Nett ist die ganze Geschichte für die Fußzeile. In der Fußzeile ist es halt so, da sind wir hier schon im Content-Bilder-Modus. Und dann kann ich mir mein Footer selber zusammenbauen. Ich könnte jetzt hier in der Bibliothek gucken, was passt einigermaßen, was ich im Footer irgendwie vielleicht gerne drinne hätte. Und da treten wir nämlich jetzt auch gleich schon vor dem nächsten Problem. Ich habe nämlich jetzt in diesem Theme noch keinen API-Key hinterlegt. Und useTheme, das ist nämlich das Killer-Feature eigentlich an der ganzen Geschichte. Jegliche Vorlagen, die die hergestellt haben, die kann ich mir importieren. Also das, was ihr alles hier seht, diese ganzen Vorlagen, die ganzen Texte etc. alles, könnt ihr euch importieren mit einem Mausklick. Also ich zeige das mal in einem Beispiel hier, zum Beispiel das Impressum. Und jetzt habe ich noch keinen API-Key hinterlegt, deswegen habe ich noch keinen Zugriff auf deren API und auf deren Vorlagen. Und das machen wir ganz schnell und hinterlegen mal den API-Key. Dafür gehen wir in Einstellung, API-Schlüssel. Und hierfür müssen wir noch den API-Schlüssel hinterlegen. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir jetzt nochmal schnell checken, ob das System funktioniert. Da gibt es einen System-Check. Standardmäßig würde er da jetzt rumgemeckert haben. Und genau. Den Fußzeilen zeige ich jetzt erstmal, zeige ich nachher, weil das eigentlich genau das Gleiche ist wie den Bilder. Wir haben hier noch einen Schnellzugriff auf die Joomla-relevanten Sachen, wie zum Beispiel das Menü und die Module, die Joomla installiert hat. Da haben wir auch so eine Funktion wie, das Menü kann ich mir hier jetzt anzeigen. Da sehe ich jetzt, welche Beiträge da drin sind oder welche Einträge da sind als Menü links und kann die auch hier bearbeiten. Das heißt, ich muss nicht das Navigationsfenster hier verlassen und wieder zurückgehen ins Backend und dann über Menüs und mir dann Menü anlegen, sondern das kann ich auch alles hier aus diesem Fenster draus machen. Und das machen wir gleich. Ich will aber hier nochmal kurz vor dem ersten Problem oder vor dem ersten Bildprozess, wie Usim überhaupt funktioniert, gehen. Und zwar haben wir hier im Moment einen Standard Joomla und der Home-Eintrag sind ja immer, wenn man Joomla installiert, Hauptbeiträge. Hauptbeiträge sind ja eigentlich Beiträge, die als Featured gekennzeichnet sind und es ist ein dynamischer Content. Und das funktioniert in Usim nicht. Usim funktioniert immer in einzelnen Beiträgen der Content-Bilder, weil es einfach daran liegt, dass Usim die Daten als JSON in einem Beitrag speichert, kommt Content, das Ganze rendert und dann kommt das Theme und stellt fest, ah, hier habe ich ein JSON und das muss ich jetzt verarbeiten und muss daraus jetzt das Ganze bilden. Das zeige ich gleich. Und wenn wir jetzt nämlich hier rauf gehen, dann sehen wir hier an der Stelle im Bilder, also ich bin jetzt hier, will ich eigentlich meinen einzelnen Beitrag hier, der auf der Seite ist, jetzt bearbeiten und den eigentlich mal mit Leben füllen, mit Inhalten. Und da sagt er, auf dieser Seite nicht verfügbar, der Bilder kann nur auf statischen Seiten verwendet werden. Und damit wir damit arbeiten können, müssen wir den Menüeintrag mal kurz verändern. Wir gehen jetzt hier auf Start und sagen hier nicht Haupteinträge, sondern Beiträge einzelner Beitrag und erstellen uns hier gleich einen und den nennen wir mal kurz Home. Drücken Speichern und Schließen, drücken hier auch auf Speichern und dann verändert sich hier automatisch die Ansicht. Ich habe hier oben nicht mehr, wenn ich jetzt hier zurückgehe und jetzt auf Bilder klicke, habe ich hier nicht mehr drin stehen, dass es nicht mehr funktioniert, sondern ich habe jetzt ein Content, ein Artikel, wo ich jetzt mit der Magie eigentlich anfangen kann. Standardmäßig ist es jetzt so, wenn man sagt, okay, ich will keine Vorlage verwenden, kann man jetzt mit dem Content-Bilder anfangen. Und das Ganze funktioniert dann halt so, dass man sagt, okay, ich möchte ein neues Layout anfangen. Und dann haben wir drei elementare Bereiche in U-SIM, wie das funktioniert. Wir haben einmal die eigentliche Sektion, wer mit Bootstrap und sowas arbeitet, oder Foundation, ist es immer der Sektionscontainer, also die komplette Breite, der den Content umrandet. und dann haben wir die einzelne Row, und zwar die Spalten. Und im Moment ist es so, wir haben eine Spalte, die über die volle Breite geht und jetzt kann ich diese Spalte mit Leben füllen, drücke hier auf Plus und dann hat U-SIM mittlerweile 31 Elemente, die sie von Haus aus mitbringen und damit kann ich Content erstellen. Also ich habe hier eine Akkordeon-Funktion und so weiter und so fort, aber wir machen es erst mal simpel und fangen mit einer Headline an. Wenn ich jetzt eine Headline darauf drücke, dann wird die automatisch von denen erst mal mit einem Demo-Inhalt hier kurz gefüllt. Dann kann ich mir nämlich erst mal hier, ohne dass ich mir jetzt Gedanken muss, wie die Texte aussehen, hier erst mal drauf drücken, kann sagen, okay, ich hätte gerne eine Headline, dann hätte ich gerne einen Text, aber der geht über die volle Breite. Ich hätte aber gerne rechts irgendwie noch eine Spalte, wo ich ein Bild einfügen will und dann muss ich hier die Row anpassen, drücke hier auf den Bearbeitungsbutton und kann dann hier das Layout anpassen und festlegen, wie breit die Spalten überhaupt sein sollen. Und wenn ich jetzt sage, okay, Text soll zwei Drittel sein und das Bild, was ich links einfügen will, soll ein Drittel breit sein, dann funktioniert das Ganze so. Und so kann ich dann anfangen, meinen Inhalt zu pflegen und kann jetzt sagen, okay, die Spalte brauche ich unten auch nochmal, kann hier dann auch per Drag & Drop die Inhalte hin und her schieben und kann mir da was überlegen. Wenn ich aber nicht so kreativ bin, kommt eigentlich das Netteste überhaupt, warum die wahrscheinlich auch so erfolgreich sind und zwar kann ich auf deren Bibliothek drauf zugreifen und kann jetzt sagen, okay, ich brauche eine Startseite. Dann haben die ihre Layouts erstmal kategorisiert und kann jetzt sagen, okay, zeichne mir doch mal alle Startseiten an, die ihr meint, was Startseiten sind. Dann kann ich aber noch sagen, okay, ich suche das vielleicht für die, ich will jetzt eine Webseite erstellen, wo es um Essen und Trinken zum Beispiel geht. Dann sehe ich da schon mal zwei Vorlagen. Dann kann ich noch sagen, okay, um was geht es überhaupt oder nach welchem Theme, wenn ich irgendein Theme verwende, kann ich da nachfiltern. Und jetzt kann ich aber hier drauf drücken und dann fragt er mich jetzt, weil ich hier unten, das ist ein wichtiger Button hier unten und zwar haben wir jetzt schon ein Layout angelegt und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, dieses Layout, was du hier drin hast, füge das oben ein, unten oder ersetze meins, was ich erstellt habe. Wir ersetzen jetzt einfach mal meins. Jetzt drücke ich hier drauf, nee, nicht da, sondern da drauf. Dann werde ich jetzt einmal gefragt, ob ich das aktuelle Layout verwerfen möchte. Drücke hier auf OK und dann haut er mir hier komplett das ganze Layout rein. Hat mir komplette, die ganzen Bilder, die ganzen Texte und jetzt habe ich hier auf der linken Seite den kompletten Aufbau und brauche nur noch hier reingehen und die Texte anfassen. Und jetzt möchte ich eigentlich an der Stelle, weil das passt ganz gut, ich drücke jetzt hier mal kurz auf Seite speichern. Wir können uns hier das mal gerne anzeigen. Wenn ich jetzt hier auf Seite speichern drücke, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kommen die ganzen Bilddateien und sowas her. Usim hat den Vorteil, dass die an Unsplash angebunden sind. Also wenn ihr irgendwie Fotos oder sowas sucht oder seid auf der Suche oder sowas, dann habt ihr, wenn ihr hier auf das Image klickt oder wir machen das hier mal auf dem Hintergrundbild, das ist glaube ich am einfachsten, dann haben wir zwar in dem Media Manager zwei Varianten. Wir sehen einmal unser lokales File-System und wenn wir die API-Key eingegeben haben, haben wir die Möglichkeit, auf Unsplash zuzugreifen, wenn das Internet dann einigermaßen schnell ist. Und jetzt könnte ich hier sagen, okay, ich habe da keinen Bock auf Brot, sondern ich will da einen Burger oder sowas haben. Dann suche ich hier nach Burger und sage, okay, das hätte ich gerne als Hintergrundbild. Und dann wird das genommen. Und wenn ich jetzt, im Moment wird nur die URL hier genommen, aber das Schöne ist, wenn ich jetzt auf Seiten speichern drücke, dann sagt er hier, okay, wir haben hier Layout-Medien-Dateien. Die laden wir jetzt runter, damit ihr keine externe Verbindung zu irgendwelchen anderen Diensten haben. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt wirklich, die Dateien wurden runtergeladen, die liegen jetzt in meinem Dateisystem. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal raufgehe, auf Images in meinem lokalen Filesystem, hat er jetzt hier daraus die runtergeladen. Und wenn ich jetzt hier raufklicke und hier auf Files klicke, hat er jetzt einen Ordner angelegt. Den kann man unter Einstellung festlegen, wo die Bilddateien reingespeichert werden sollen. Und dort drinnen sehe ich jetzt meine Dateien, die er runtergeladen hat. Das ist so ein bisschen, es läuft unter einer speziellen Lizenz. Bei Unsplash gab es jetzt schon einige rechtliche Geschichten bezüglich, dass da Fotos, normalerweise ist Unsplash so geregelt, du lädst die Bilder da hoch und dann darfst du sie verwenden. So, du gibst damit sozusagen die Rechte, solange die dort hochgeladen sind. Jetzt habe ich aber auch schon mal irgendwo gehört, dass irgendeiner seine Bilder wieder runtergenommen hat von dieser Plattform und dann gesagt hat, ihr dürft die nicht mehr verwenden. So, das ist so, müsst ihr so ein bisschen gucken. Aber ich finde es halt einfach, ja, um schnell mal irgendwie was fertig zu machen, ist es schon ganz nett. Jetzt habe ich vorhin ja erzählt, warum ich gerne ein SVG-Logo nehme mit dem invertierten, mit dem invertierten Kram. Und zwar kann ich jetzt sagen, okay, das sieht auch irgendwie nicht so schön aus, wenn ich da oben so einen weißen Balken habe. Wäre ja eigentlich schöner, wenn der Hintergrund drunter rutschen würde. Und ich habe vorhin schon gesagt, diese Sektion umrandet hier die ganzen Inhalte. Und wenn ich jetzt hier auf diese Einstellung, ich gehe jetzt nicht auf jegliche Einstellung rein, aber ich will Ihnen mal so ein bisschen zeigen, wir kommen jetzt gleich zum Scheilziehen und so. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann ist es jetzt so, dass ich hier, erst mal hat er jetzt hier eingestellt, die Textfarbe ist Light, das heißt, der Text, der jetzt hier genommen wurde, ist hell. Ich habe aber immer für die erste Sektion, die oben sitzt, eine Option zu sagen, transparenter Header. Und wenn ich da raufklicke, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich hätte gerne ein Overlay Light und dann wird mein Header unter die Navigation gezogen. Und jetzt stehen wir vor dem ersten Problem. Und zwar wird unser Logo im Moment nicht angepasst, weil wir haben SVG hochgeladen und haben noch keine zweite Variation dazu angelegt für ein invertiertes Logo. Und das will ich auch gar nicht, sondern ich lege mir jetzt dafür ein Override an. Das machen wir mal hier ganz schnell. Wir gehen nämlich jetzt mal hier, ich drücke jetzt mal kurz hier auf Speichern und öffne mir mal kurz das Projekt im PHP Storm. Und was wir jetzt machen, wir legen uns ein Schallziem an. Habe ich ja auch eben gerade vorhin in meiner Präsentation gesagt. Speicherung wollte ich noch kurz in der Datenbank zeigen. Und zwar zeige ich das mal an einer Datenbank hier. Ich muss das mal ganz kurz aktualisieren. So, und dann habe ich die, glaube ich, JD irgendwas genannt vorhin im Installationsmodus. Da ist sie, genau. Ich habe vorhin gesagt, dass die, dass USIM, wenn man die Content-Bilder benutzt, dass die statische Inhalte brauchen. Und wir haben jetzt im Moment einen Standardbeitrag angelegt, der Home heißt. Und USIM speichert in zwei Tabellen. Einmal ein Intro-Text. Warum er das gleich so macht, das erkläre ich gleich. Wenn wir hier reingucken, haben wir hier im Moment ein semantisches HTML ohne irgendwelche CSS-Klassen, sondern kompletten Aufbau des Inhaltes. Und damit der Bilder funktioniert, benutzt USIM Full-Text. Und wenn man hier mal ein bisschen darauf achtet, aus irgendwelchen Gründen, wird hier das ganze JSON auskommentiert. Es kann ja irgendwie mal sein, dass der Beitrag nicht durch den Bilder läuft, sondern das ist ein Sicherheitsmechanismus. Das ist für die Leute, die ein bisschen technikaffin sind, da braucht ihr jetzt nicht das Fragezeichen. Aber ist halt einfach, wenn man Full-Text irgendwo im Beitrag mal irgendwo ausgibt, haben die hier einfach gesagt, okay, das JSON soll nirgendswo auf dem Frontend im Joomlaut zu sehen sein. Deswegen wird das hier auskommentiert. Und dieses Auskommentierte wird aber von USIM in deren Prozess interpretiert. Und das, was man hier sieht, ist ein relativ großes CouterWelt. Ich weiß nicht, ob ich das hier ein bisschen größer machen kann. Ja, kann ich. Da ist es jetzt so, das ist das JSON, was hier geladen wird. Das heißt, wenn wir uns hier das mal angucken, dann haben wir hier oben als erstes eine Sektion. Die haben wir Hero genannt. Und wenn wir hier mal in der Datenbank anfangen, dann sehen wir, okay, wir haben hier Name Home. Das ist mein Beitrag. Und jetzt fängt das hier mit Children an. Und dann sehe ich hier, okay, das Ding heißt Hero, ist vom Type Sections. Und dann werden hier die Props reingeladen. Das sind Properties, die hier drinnen stehen. Das ist vielleicht für einige, die eben halt programmieren, ganz interessant. Und wenn man jetzt weiter runter guckt, ich gucke mal kurz hier nach den ganzen Schild, nach den ganzen, nach den, Children vorkommen und steppe mal ein bisschen durch. Dann sehen wir halt als nächstes, kommt die Row. Das ist das Grid. Und sehen hier auch wieder die Props, wie das abgespeichert wird, wo die Ausrichtungen sind. Gehe ich jetzt weiter nach dem Children, sehe ich jetzt hier, habe ich das erste Prop, das erste Element ist dann wieder die Headline. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal zurück steppe, dann sehe ich hier, okay, wir haben die Sektion, dann haben wir die Row, Headline und das nächste müsste dann irgendwo als Children Type irgendwo dann Image sein. Und so ist das JSON halt sauber aufgebaut, da werden die ganzen Sachen reingespeichert und dieses JSON wird von Ustream benutzt, um im Frontend den ganzen Aufbau zu rendern. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir nachher an den, ich muss ein bisschen Gas geben, sehen wir nachher an den, im Frontend, wenn wir ein Element anlegen. Genau, so funktioniert der Speicherprozess. Was ich aber jetzt kurz zeigen wollte, ist, wir legen ein Child Seam an. Dafür machen wir folgendes, wir gehen jetzt hier rein, legen uns einen Ordner an. Da ist es wichtig, dass wir Ustream vorwegnehmen, dann ein Underscore und dann nennen wir das Ding JD zum Beispiel. Und was wir jetzt anpassen wollen, ist, wir wollen das Header-Logo anpassen. Und das Header-Logo befindet sich, also das hier ist Ustream, das Standard Seam, und wir können über ein Child Seam manche Elemente überschreiben. Das betrifft zum Beispiel einmal den Template-Ordner, aber auch die anderen Geschichten. jetzt gehen wir hier in Templates, suchen uns Header-Logo-PHP raus, drücken hier auf Einfügen und haben jetzt ein Child Seam angelegt und damit das Child Seam funktioniert, für euch stand ich auch schon mal vor, Einstellung, zack, erweitert, warum finde ich das nicht? Und zwar liegt es einfach daran, ich habe es jetzt gerade angelegt, nachdem ich diese View hier schon geladen habe, ich muss einmal kurz die Seite abspeichern beziehungsweise einmal refreshen, dann zieht er sich komplett alles neu rein und wenn ich jetzt hier auf Einstellung gehe, erweitert, habe ich jetzt hier das Child Seam zur Auswahl, drücke da drauf und dann wird mein Child Seam verwendet. Das Logo, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ich muss hier noch einen Ordner anlegen, der nennt sich Templates. So, und jetzt kann ich eben halt alles das, was USEAM schon bringt, kann ich überschreiben. Ich kann Elemente, ich kann die Headline Elemente, das kann ich überschreiben, kann auch eigene Elemente anlegen und hier an der Stelle sehen wir jetzt, wie eigentlich das Logo generiert wird. Ja, und damit das Logo als SVG ausgegeben wird, müssen wir hier reinschreiben, UK SVG, gleich, für die einen, die das interessant ist, so, schreibe ich True rein, speichere das Ganze einmal ab und dann wird das Ding als SVG geladen. Ich zeige mal kurz den Unterschied, wenn ich jetzt hier mal kurz auf das Frontend gehe, hier refreshe, hier auf Untersuchen gehe, dann wird mir jetzt das Logo als SVG angezeigt, hier im Quelltext, ich weiß nicht, ob man das hier unten erkennen kann, da wird es als SVG, als Inline SVG, wird das jetzt rausgerendert und dadurch greifen CSS Klassen da drauf. Wenn ich das Ding jetzt hier mal kurz wieder auf Volt setze und das Ding mal neu lade, dann sehen wir, dass das Ding einfach als Image Tag ausgegeben wird, ohne SVG in Line Code und das wäre jetzt sozusagen unser erster Override, den wir erstellt haben. Ich zeige mal jetzt kurz mit einem anderen Beispiel, was wir hier gebaut haben in dem hier und zwar habe ich ja gesagt, okay, wir haben ein Child Team angelegt, jetzt zeigen wir mal kurz Custom Elemente, also die ganzen Headlines und so was, das kann man auch erweitern. Ich befesche das hier mal ganz kurz, ich bin jetzt in einem anderen Projekt, ich bin jetzt in meiner Präsentation drinne und wenn ich jetzt hier in U-Seam reingehe und mir das Projekt hier einmal kurz aufmache, ich wechsle mal ganz kurz, dann habe ich jetzt hier mir auch ein Child Team angelegt, habe hier, U-Seam ist so organisiert, dass die hier ein Vendor-Verzeichnis drinne haben, ich weiß gar nicht, ob ich das hier irgendwie größer kriege und dort habe ich hier in dem Bilder die ganzen Elemente, also wenn ich jetzt hier auf den Bilder raufklicke, hier auf Plus klicke, dann sehen wir ja hier die ganzen Elemente und die ganzen Elemente sind in dem U-Seam Ordner Vendor U-Seam Builder Elements deklariert und wenn wir uns mal ein so ein Ding angucken, zum Beispiel die Headline, dann wird über ein JSON wird das Ding deklariert, wie das Ding aufgebaut werden soll, ich klicke jetzt hier auf die Headline, da sagt man, okay, was für Felder brauche ich überhaupt, was für Einstellungsparameter habe ich, etc. Aber der interessante Part ist, wir haben zwei verschiedene Templates und zwar haben wir einmal das Template PHP, das ist das, was genommen wird von U-Seam, um die Headline im Frontend zu rendern und das Content PHP wird benutzt, um den semantischen HTML-Code in der Datenbank zu speichern, weil das Schöne ist an der ganzen Geschichte und deswegen verwende ich auch erst U-Seam seit diesem Jahr. Das funktioniert über die Joomla-Suche, weil die Beiträge, das haben wir eben gerade in der Datenbank gesehen, wenn ich jetzt hier auf den Intro-Text gucke, dann haben wir hier ein semantisches HTML drinne und Joomla ist halt so, das Plugin, was Beiträge durchsucht, durchsucht den Intro-Text und auch den Full-Text und dadurch findet er hier eben halt die Sachen, also wir haben ein semantisches HTML drinne, was gar nicht ausgegeben wird, das wird einfach benutzt für, ja, eine Standard-Ausgabe und für die Suche und deswegen haben wir zwei verschiedene Template-PHP-Dateien, die eine wird benutzt für den Bilder-Renderer im Frontend, wenn das Ding ausgegeben wird und die Content-PHP wird genutzt, um in Intro-Text die Sachen abzuspeichern und das ist halt eine sehr, sehr saubere Lösung und ich habe die volle Kontrolle, wie eben halt die Ausgabe stattfinden soll im U-Seam. Ich könnte auch sagen, ich möchte die Headline jetzt anders ausgeben, dann könnte ich mir jetzt dieses Headline-Element nehmen, mir das hier in mein Child-Theme rein kopieren und könnte jetzt aber, wenn wir jetzt hier immer im Frontend sind, könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte aber gerne, dass am Ende einer Headline, keine Ahnung, hier immer irgendwas steht. Dann fügt er jetzt den Code da ein, weil ich das einfach überschrieben habe. Genau. Ich kann aber auch, wie gesagt, eigene Elemente anlegen und da haben wir jetzt hier im Moment die .nav und da habe ich mir ein Element-Json gebaut und habe hier die Möglichkeit, hier diese Navigation zu bauen. Da bin ich hergegangen, habe gesagt, okay, ein UI-Kit, wie mache ich das Ganze, wie wird sowas deklariert, habe da reingeguckt und habe mir das HTML genommen, wie ich sowas eben halb schreibe und habe mir dann das Ding selber gebaut und kann eben halt dann auch bequem die Sachen erweitern und dann, ja, mir eigene Elemente anlegen und habe dann eben halb die Möglichkeit, x-beliebige Sachen zu machen und das kann ich gerne mal hier an dem Projekt zeigen. Da sieht man zum Beispiel, das hat überhaupt nichts mehr irgendwie mit Ustream zu tun, sieht auch gar nicht mehr irgendwie so aus, finde ich, ist aber Ustream im Hintergrund. Ich habe die Navigation, ich habe alles überschrieben, aber der Kunde kann jetzt hier einfach bequem seine Inhalte einfach pflegen und was wir hier gemacht haben, ist für die Elemente hier, ja, haben wir Icons selber hochgeladen, wir haben eigene Elemente für den Fahrzeugbestand gebaut, dahinter verbirgt sich eine Komponente, aber damit der Kunde das definieren kann und vielleicht auch oben drüber noch irgendwas eingeben kann, kann er jetzt sich hier auch einfach einwählen, hat hier wieder seinen Ustream-Bilder, kann jetzt zum Beispiel hier auf Fahrzeugbestand klicken, geht hier auf den Bilder und hätte jetzt die Möglichkeit oder keine Ahnung, hier Content, ach, da haben die es anders eingebunden, da habt ihr das verändert, okay, aber genau, also der Kunde pflegt hier zum Beispiel seine Webseite mit. Da haben wir dann halt auch die Navigation verändert, haben den Aufbau verändert, wir können jetzt hier in dem Menü, wenn wir hier mal auf Menü gehen, bei den Standorten, haben wir das Ding noch erweitert, haben die Navigationseinstellung erweitert mit einem Dropdown-Feld, wo ich sagen kann, aus verschiedenen Icons kann er ausfüllen, wenn er sagt, okay, da oben soll jetzt nicht irgendwie, ich verändere das nachher wieder, keine Sorge, wenn ich da jetzt auf Speichern klicke, dann wird die Seite neu geladen und ich habe hier oben ein anderes Icon und sowas. Also man kann sehr, sehr viel damit machen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber das ist genau das, wir haben jetzt ganz einfach mal kurz eine Header-Logo-PHP genommen, haben das Logo ausgetauscht und ich habe hier an der Stelle habe ich komplett irgendwie die Index-PHP, habe die Navigation anders aufgebaut, habe mir eigene Elemente noch gebaut, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie auf den Bilder gehe, gibt es hier, wenn ich auf Plus klicke, noch ein Element, ja, Mia nennt sich das Ganze, das ist das Tool für diese Fahrzeuggeschichte, das kann ich dann irgendwo einfügen, ich kann, habe die Icons erweitert, dass die beim Grid zum Beispiel, wenn wir auf die Startseite mal gehen, da ist es vielleicht ganz interessant, vielleicht einige von euch werden das Grid-Element kennen, das habe ich aber einfach erweitert für die und habe gesagt, okay, neben Bild-Icon hättet ihr jetzt, habe ich VGRD-Icon eingefügt. Ich habe einfach mein Element, das Grid-Element, das Item-Element habe ich kopiert und habe gesagt, okay, die haben aber noch die Möglichkeit, aus deren UI Icons auszuwählen. Ich könnte sagen, okay, da soll das Login-Icon oder sowas, das ich genommen werden, dann wird das da verwendet und dadurch ist USIM, muss man ehrlich sagen, sehr anpassbar für den Kunden. Jeder kann das einigermaßen bedienen, um so einen Inhalt zu erstellen und ja, für einen selber, wenn man das einmal weiß, wie es funktioniert, ist es dann auch ein leichtes und ja, das wäre so der Showcase. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich glaube, bei den Grundkenntnissen, jetzt, wie wurde das angezeigt, Custom-Element. Ja, man kann Blog-Beiträge für die, die das noch gar nicht, ich weiß, ich habe nicht mehr so viel, ich habe noch eine Minute, aber egal. Für die, die das ganz interessant ist und zwar ist der USIM-Blog, ja, also viele sagen immer, oh, die Blog-Funktion von USIM und so, die funktioniert noch gar nicht so, ist ein bisschen tricky. Man muss hier über die Styles, über das Layout, gibt es hier einen Tab-Blog, da kann ich erst mal einstellen, wie sollen die Elemente organisiert werden, kann, ja, sagen, wie breit ist das und das Blödeste an der ganzen Geschichte, bis ich das erst mal begriffen habe, ist, diese Anordnung, ob jetzt die Headline oben oder unten drüber sitzt, ist ein bisschen bescheuert gelöst, das geht aber nicht anders und zwar muss ich über das Menü, USIM-Blog, da gibt es dann hier Blog-Beiträge, Geschichten und da gibt es dann irgendwas von wegen Text umfließen links, Text umfließen rechts oder keine Umfließungsgeschichte und damit kann ich steuern, ob der Titel oberhalb oder unterhalb des Textes ausgegeben werden möchte und wir kommen schon mal schnell noch zu dem nächsten und zwar, ist das ein einzelner Beitrag und jetzt fragt ihr euch, okay, aber wenn ich jetzt den Bilder darüber verwende, wie kann ich denn steuern, dass hier Lorem Y bla 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 ausgegeben wird, war ja standardmäßig, hätte ich ja einen JSON in den Intro-Text und irgendwie eigentlich komplett das, was da drinnen gespeichert wird, da gibt es zwei Varianten und zwar kann ich, das ist ein bisschen blöd von der Pflege her, das muss ich nämlich hier drüber machen, das ist so ein Sonderfall, wo ist die Kategorie, ich bin hier, keine Ahnung, was habe ich gesagt, das hier, so, man kann Custom-Field anlegen, was man Excrapt eingeben muss, also Auszug auf Deutsch und hier drinnen kann ich dann irgendwas schreiben, das abspeichern und Joomla ist dann so gestrickt, dass er dann das als Intro-Text ausgibt, also ich kann dann auch jetzt hier in dem Inhalt über UCM Bilder, kann ich sagen, okay, ich brauche jetzt hier eine Bibliothek, das Ding hätte ich hier gerne, das Layout drücke hier auf Speichern, sag hier Download, dann hätte ich hier als Ausgabe, das ist das Intro-Bild im Beitrag und wenn ich jetzt hier die Seite aktualisiere, habe ich das komplette Layout, was ich da eben gerade in dem Beitrag hinterlegt habe, habe aber in der Blog-Übersicht-Seite hier eben meinen Beitragstitel, den Erstellungstext, einen Intro-Text, kann aber dann, wenn ich da raufklicke, ein komplettes UCM Aufbau benutzen als Bilder, also, wie bitte? Bei Blog habt ihr eigentlich auch noch eine Kommentarfunktion? Nein, nicht in Joomla. Nicht in Joomla. Und man kann aber auch Kategorie Blog selber einen Beitrag anlegen und da will ich einmal ganz kurz noch, ich weiß, ihr reißt mir gleich den Kopf, aber das ist für einige vielleicht ganz interessant, ich habe jetzt hier in dem UCM Ordner im ComContent Category mir ein Override erstellt von Blog und habe hier in dem Blog-Item Folgendes gemacht, ich hole mir hier das Intro-Image und resize das und zwar kann ich den Lazy-Load, das habe ich eben gerade in meiner Präsentation noch gesagt, hier unten, eigene Overrides, wir haben einen Blog angelegt und Lazy-Load den Image-Provider, den kann ich auch in eigenen Komponenten verwenden, weil wenn wir standardmäßig hier irgendwie so Beiträge haben, dann werden die Dinger gecroppt, wir haben eine Lazy-Load-Funktion, wir sehen hier, dass das Bild in mehreren Variationen und Pixelbreiten vorliegt und wenn ich hier mal in dem Beispiel hier reingehe ins Netzwerkprotokoll, hier mal nach Images sortieren, das ist ein schlechtes Beispiel, wir gehen hier auf Blog, gehen hier drauf, dann sehen wir im Moment hier 59 KB, so fange ich jetzt an runter zu scrollen, da kommen jetzt Bilder, fängt er an, die nachzuladen, das ist diese Lazy-Load-Funktion Above the Fold, alles was unterhalb des Fensters ist, wird nicht geladen und diese Funktion kann man in seinen Komponenten verwenden, da gibt es einen bestimmten Aufruf, man nimmt einfach das Image, ein Data Source, hängt ein UI-Kit, also man macht das hier mal ein bisschen größer, das ist vielleicht für die Einige sichtbar und kann dann sagen, okay, Resize, gibt dir noch eine Breite mit und muss dann in der Config, davon haben wir aber jetzt gerade ein Plugin geschrieben, in der Config, in UC muss ich dann noch festlegen, hier unten, okay, alles was in dem Dokument Buffer drin ist, vom Component, haust du nochmal den ganzen Content durch den Replacer, also der Image Replacer ist ein RegEx von UC, was über den Content rüber geht, sucht alle Image Tags und tauscht dort dann die Bilder aus und generiert aus diesen Bildern dann ein Source Set, er guckt, okay, welche Breite habe ich, generiert je nachdem relativ viele Bilder und damit das in Komponenten und sowas funktioniert und nicht nur in UC in den Bilder, kann man das hier in die Konfiguration schreiben oder wie wir das jetzt oder wie ich das vorhin gemacht habe, ich habe ein Plugin dafür geschrieben, wird vielleicht für einige interessant sein, ist ein System Plugin, relativ simples, schmales Ding und da drin sage ich einfach, okay, on before Renderer, bevor du das Ding ausgibst, hole ich mir den ComContent aus dem Buffer, schreibe mir das hier in die Variable und rendere hier das Ganze nochmal durch den Replacer durch und dann habe ich die Funktion hier, das hat nichts mit UCIM zu tun, das ist von mir ein eigenes Override, was ich geschrieben habe und habe hier das Bild dann automatisch als Lazy Load Funktion. Ich sehe hier, dass er mehrere Bilder von angelegt hat und dann je nachdem, wie schmal ich das hier ziehe, wird dann auch das richtige Bild dafür geladen und so kann man auch die Lazy Load Funktion und so von UCIM dann in seinen eigenen Komponenten verwenden. Habt ihr Fragen? Wie bitte? Klar. Das ist ja das, was ich ja gerade gezeigt habe. Ich kann ja jetzt hier im Browser Fenster hier reinklicken und kann sagen, Nein, da geht der Editor auf, direkt. Hier? Nein? Ja, ich kann da raufklicken und dann öffnet er links das trotzdem, aber ich kann aber nicht hier raufklicken und hier das verändern, sondern ich muss da links dann klicken. Ich kann aber hier rübergehen über die Elemente und kann sagen, okay, ich will das jetzt hier anpassen. Also das geht, aber ich kann jetzt nicht hier rechts in dem Text das verändern, du das kennst. Noch eine Frage? Also die Frage war, ob ich inline editieren kann für das Video, wurde gerade gefragt, ob ich inline das editieren kann, ja? Die Custom Elements Elemente werden gespeichert. Die Frage, wo das gespeichert wird, ist, du legst ein Child Theme an in Templates unterstrich. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie größer kriege, hier die Kacke. Und da legst du einen Bilderordner an und da kannst du dann deine Elemente ranlegen. Pro Ordner ist es ein Element. Kann ich dir aber nachher gerne nochmal detailliert zeigen. Da war noch eine Frage. Die kommt mit U-SIM Pro von Haus aus. Genau. Hast du verschiedene Bilder genommen für verschiedene Bildverbreiten? Das macht der automatisch. Genau. Ja, Kiki? Bei dem Außenrum-Gedöner, also dieses Port außenrum, das Section Row und die Comments da drin, kann ich das auch noch selber beeinflussen? Ja, also die haben zigtausend Einstellungsmöglichkeiten erstmal. Du kannst sagen, wie breit soll das Ganze sein, volle Breite, Hintergrundbilder. Nee, das meinte ich nicht. Die meinte, ob ich da beeinflussen kann, wie viele Diffs da drumherum sind. Also bei Zoom Shaper, den Hedgebilder, kennst du ja, da sind ja zig Millionen. Ist bei U-SIM nicht so der Fall. Also die haben immer nur die nötigsten, relativ viele CSS-Klassen, aber ja, du kannst es anpassen. Du hast hier im Bilder, wenn ich jetzt hier auf U-SIM, die Frage war, ob ich Sektionen und Diffs anpassen kann, aber du hast hier in dem Vendor-Verzeichnis U-SIM, hast du hier einmal das Bilder-Elements und da gibt es bestimmt auch irgendwo die Sektion. Da ist die Sektion und ist ein eigenes Element, genau. Und hier in dem Template könntest du dann anpassen, was da passieren soll. Okay, danke dir. Da war noch eine Frage? Keine? Ich hatte da irgendwo noch eine Frage. Ja, dann mache ich Schluss. und 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 da war noch eine Frage. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020